Oh mein Gott, ich verstecke heute 300 Euro Scheine für euch in meinem neuen Buch, aber zuerst muss ich es selber finden. Ich bin erstmal durch die ganze Buchhandlung, um es unter der Kasse zu finden. Dort bin ich erstmal hingekrabbelt auf allen Vieren, weil ich nicht weiß, ob ich die Folie einfach aufmachen kann vom Buch. Aber das musste ich, um reinzuschreiben. Naja, sie hat mich nicht gesehen. Ich bin erstmal zum Lift. Dort hängt ein Plakat. Ihr könnt nämlich Sally, Omi und mich persönlich bei meiner Lesung dort treffen. Alles in der Beschreibung. Und ja, das zweite Versteck ist hier hinter dem Spiel. Merkt es euch und das dritte da. Seid schnell und viel Spaß.